So, Folge 46, los geht's. Golob-Kammer. Lasst mich doch mal die Golob-Kammer fertig machen. Foundry. Improved Medikit. Project. So, China. Engineers, Sniper, Scientists. Situation Room, Launch Satellite. Hab' hier nur einen. Kanada. Launch Satellite. So. Dann kann ich es mir nämlich wieder aushoben. Nicht aus China. Konfirm. Das Squad hat eigentlich ganz gut funktioniert, würde ich gerade sagen. Deswegen behalten wir das doch einfach bei. Ich hab zwar die Ghost Grenades nicht benutzt, aber egal. Launch Misch. Go, 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 go. Dropship has arrived. Genis Hold. Sieht aber nicht aus wie China. Sieht aus wie fett Europa. Oder zumindest wie westliche Welt. Ist ja eine Minimap hier jetzt. Mit der Aktion. Stealth Mode. Stealth Mode. Die sind nicht mit Stealth Mode. So, da kann ich sogar die Decke noch wegmachen. Bom. Perfekt. Das müssten die das nur noch sehen können. Nein, das Auto. In Bewegung. Kann sein. Steht wieder verkehrt rum. Bullshit. Eigentlich jedes Mal das Gleiche. Was ist das? Was ist das? Ne. Double Tap. Achso, weil ich schon gelaufen bin. Darf ich den Double Tap benutzen. Logisch. Jetzt muss ich mir angucken wie das aussieht mit dem Ghost Grenade. Ghost Mode. Das ist eine andere Frage. Geht Ghost Mode auf den? Joaah, geht. Was im Moment das bringt. Ich bin auf den Weg. Ich bin auf den Weg. Geht. Geht. Hier ist der Trick. Die überlebt. Die ist schön. Au! Sieh, bin ich unsichtbar, ja. Das ist ja ein Quatsch. Sehr gut. Revealed. Perfekt. Oh, ich kann auch keinen Critical Strike. Wollte ich aufnehmen sollen. Oh. Seeker, 6 Reaction Shot, welcher Seeker denn? Ach, der ist Seeker. Mhm. Okay. Granaten. Wir brauchen mehr Granaten. Bomb. Oh. Mal eben die Leute freigeschossen. Das war nicht zu meiner Intention, mal ehrlich zugeben. 100%, bin ich gut. Und tot. Das spart irgendwie sehr mit viel Munition. Und tot. Dumme Idee da zu ballern. Oh, dann kommen wir jetzt wieder. Oh, der war Overwatch, okay. Ich glaube, ich habe mich grad gar nicht. Okay. Granaten. Bomb. innen. Ja, gut. Ja, gut. Die sind schon bei uns. Ja, gut. Wenn ich denn sechs Runden brauche, um hier über die ganze Welt zu kommen. Oh. Nö. Das ist ja alles noch halbwegs haumlos. Oh, wir sind ein halbes Leben weg. Ach du, die darf noch. Toll. Kicks und Kicks. Ah, da kommt noch ein Mind Control. Oh, da kommt ein Shield. Das geht natürlich auch. Das ist die andere Größe, wo er an die geht. Oh, der macht ihn direkt weg. Da. Ist ja nicht so. Oh, der ist richtig gut. Mhm. Excellent work. All objectives complete. Das ist so übel wie viel Damage der reinknallt. Und das ist so übel. The end. Ich habe das so übel, was ja nicht. Ich habe das jetzt schon geholfen. Was aber das ist so übel, was ich. Ich habe das immer geholfen. Das ist so übel. Das ist so übel. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl. Das ist so übel. Das ist so übel. Das ist so übel. Endpanik. Die Support mäßig dann. Continue. Sieht doch alles ganz gut aus. Die Gold-Up-Kamera mach ich noch schnell fertig. Die Gold-Up-Kamera sind los. Die Gold-Up-Kamera sind los. Carry on. Pending Requests? Kann ich nicht. Gray Market. Floater Cops. Ich hab hier hoffenweise von Athletes und Inspection. Einige hier. Fizilität. Nein, ich bin immer glücklich, wir haben mehr Hilfe hier. Seeker Rack. Freue ich mich. Ja, dann ist egal. Es ist klar, dass das Alien-Device nicht auf die fysischen Interaktion reagieren wird. Jedoch, wenn wir einen Soldaten mit stark genug Psyonik-Abilities finden, können wir ihn aktivieren.